Guck mal diesen Mensch da, wie ist ein Jugendlicher da an, ey. Und jetzt geht ab mit dem Intro. Und zwar hier ist ja natürlich dieser Jugendlicher, der hier so ist ja am Bahnsteig hier, aber vorher erschien. Ah ja, genau, war von dem, das war, wenn ihr hier nicht mehr kennt, das war, ähm, Pfefferspray oder so, dass die Leute mal, Täter mal, ja, vorwachen. Auf dem Boden, auf dem Boden, hey no, hey no. Die können es nicht verstehen, die, die können das nicht verstehen, Alter. Runter, sofort. Gibt es da einen Zeitpunkt, da sagen die, der Täter möchte nicht, äh, wer es angerichtet hat, der will es nicht verstehen. Er sagt, auf dem Boden, aber die Leute wollen es nicht verstehen, die wollen es einfach mal totschweigen. So, kann er weiter machen. Auf dem Boden. Und er macht, er will, er sagt, dass er die, Vorsicht, würde er nicht anlegen, die sind die am Schießen, Waffe in der Hand. Na, boah, sehr, das war gerade eben ein Warnschuss, weil der will nicht hören, das Arschgesicht. Der will nicht kapieren, dass man hier nicht aufhalten soll. Es wird auch hier Schränke gesperrt werden, kommt Polizeieinsatz. So ein Dickschädel. Okay. Stand, Steine weg. Ist die Ernstin-Lage. Ich lach mich einfach tot, ey. Ich lach mich tot, ey. Idioten, das sind Leute. Das sind Idioten. Hinlegen. Hinlegen. sonst schließe ich noch mehr es war schon greift doch zu doch mein gott jetzt kommen die jetzt kommen die in der acker die braucht verstärkung her jetzt aber alle rein rein an den feind jetzt jetzt ordentlich jetzt eskaliert ja okay was soll ich davon halten also was soll ich davon halten und zwar hier steht auch klipp und klar hier steht ja hin auch ein video und aktuelle einsatzpolizei im koblenz ach du scheiße kompletten dahin und zugverkehr komplett eingestellt werden auch du scheiße werde nicht hören wenn er im wachstuf kassiert oder pfefferspray hat der muss füllen ja ich wollte mir dieses video machen weil das total wichtig ist das macht man nicht das machen überhaupt gar nicht aber leute nicht hören wollen muss fühlen so eigentlich nicht da kommen die anderen leute in den gängen und zack alle waffe auf dann und sagen sie steine weg also noch nie sowas gesehen also wo ich das video geguckt habe habe ich den schock bekommen also das ist das video und schock bekommen und ja wollten video machen und sehr wichtig ist